So, für alle Freunde von Schweigen der Lämmer, wer aufgepasst hat, hat gesehen, in diesem Film geht es um den Totenkopfschwärmer. Das hier ist eine junge Raupe, die ist drittes Larvenstadium, hier ist eine Stufe weiter, die ist schon ein bisschen größer. Irgendwann verkümmert hier dieses Horn, was sie hinten haben, es wird immer kleiner und dann zeige ich euch gleich mal, wie die Tiere aussehen kurz vor der Verpuppung und dann verpuppen sie sich und liegen vier bis sechs Wochen unter der Erde, um dann als Totenkopfschwärmer zu schlüpfen, der sich dann von Honig zum Beispiel ernährt. So weit bin ich aber noch nicht, wenn die geschlüpft sind, zeige ich euch das. Die Raupe vom Totenkopfschwärmer ernährt sich ausschließlich von giftigen Pflanzen, wie zum Beispiel Liguster oder Kirschlorbeer. Ich habe Gott sei Dank eine Ligusterhecke hier draußen und fütter ausschließlich Liguster. Ja, wie gesagt, wenn dann die Falter irgendwann schlüpfen, ist das jetzt mal ein Falter, der sich auch ernährt, weil die, wenn ihr euch erinnert, die Rizinis zum Beispiel haben verkümmerte Mundwerkzeuge und können gar keine Nahrung mehr aufnehmen, leben dann praktisch nur noch für die Paarung und Eierablage. Beim Totenkopfschwärmer ist das anders. Der geht zum Beispiel beim Imker in die Bienenstöcke rein und saugt die Bienenwaben leer, die Honigwaben. Deswegen sind die nicht so beliebt bei Imkern, aber ich finde es ein wunderschöner Falter und ich kann es kaum erwarten, dass sie schlüpfen. Und ich werde dann eine Wabe aus meinem Bienenstock opfern, um die Falter zu füttern. Ich habe jetzt die ersten Puppen, das heißt in ein paar Wochen, wenn die geschlüpft sind, werden wir ein Video machen, wie die Falter sich an einer Bienenwabe praktisch stärken und Nahrung aufnehmen. Und dann geht es wieder zur Eierablage, dann kommen wieder Raupen und dann kann ich euch mal den kompletten vom Ei zum Falter den Durchgang zeigen. Ich werde die Puppe jetzt mal wieder in die Erde bringen.